Ich freue mich, dass ich noch ein Jahr hier sein kann. Ich fühle mich total wohl in der Mannschaft und ich glaube, der FC Bayern hat ambitionierte Ziele und ein mega gutes Team und da versuche ich weiterhin mein Bestes zu geben. Ich denke, ihre Mentalität ist sehr stark und Moxie hat einen Rettbewerb gespielt, das ich glaube nicht, ist vielleicht ihre erste Position. Sie kann in vielen, vielen verschiedenen Positionen spielen und das ist eine Kraft. Wenn man über eine größere Kraft spricht, ist es ein bisschen schwer zu definieren. Sie spielt viele Kulte und das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Kraften, die wir haben. Wir verstehen uns einfach alle super untereinander und ich habe hier viele Freunde gefunden, viele nette Menschen und lerne tagtäglich was dazu und das ist sehr wichtig für mich. Sie findet die richtige Plätze, sie kommt auf die richtige Zeit, sie hat eine gute Zeit, sie läuft in den Buchstaben, also sie endet oft in gefährliche Situationen. Das ist eine Fähigkeit und Moxie ist einer von denen, die das machen. Wir wollen natürlich wieder so erfolgreich sein wie nur möglich, in dem ein oder anderen Wettbewerb noch ein bisschen weiter kommen als in diesem Jahr. Ich hoffe natürlich, dass ich verletzungsfrei bleibe und immer Spaß und Freude im Fußball habe. Wir werden zusammen mit den Spielern gewachsen. Ich denke, es ist auch gut für Moxie, dass sie hier ist, weil ich glaube, sie hat viel zu diesem Jahr gewachsen. Sie hat viele Dinge in ihrem Spiel dieses Jahr entwickelt und sie wird das im nächsten Jahr weiterentwickeln. Ich freue mich weiterhin auf viele geile Spiele mit euch und vielleicht noch auf den ein oder anderen schönen Jubel. Ich hoffe, es geht jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.